Die Naturheilpraxis Fabian Müller aus München ist spezialisiert auf die ganzheitliche Gastroenterologie. Bei mir sind sie richtig, wenn sie unter Beschwerden des Magendarmtraktes, wie etwa dem Leaky Gut Syndrom oder SIBO leiden. Weitere Schwerpunkte meiner Praxis ist die Behandlung von Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, dem Reizdarmsyndrom, Reflux oesophagitis und der Esinophilen oesophagitis. Ich fahre eine Alternativmedizin mit Labordiagnostik, Atemtests und Darmkeimanalysen. Meine Patienten schätzen meine Fachkenntnis und die diagnostischen Möglichkeiten für eine gründliche Ursachenforschung.